Also, ein Mann geht in den Wald und trifft eine Fee. Dann sagt die Fee, du hast einen Wunsch frei. Und der Mann sagt, ich will unsterblich sein. Nein, das geht nicht, sagt die Fee. Und dann sagt der Mann, okay, ich will erst dann sterben, wenn Holland Weltmeister wird. Und dann sagt die Fee, du raffinierte kleine Sau. Und dann sagt die Fee, du raffinierte die Fee.